Wie man 2FA in Discord aktivieren kann? Vielleicht möchten einige Benutzer zusätzlich zur Eingabe ihres Passworts bei der Anmeldung in ihrem Konto einen Schritt für mehr Sicherheit hinzufügen. Discord hat die zweistufige Anmeldung für seine Benutzer aktiviert. Rufen Sie dazu die Discord-Anwendung auf. Klicken Sie auf diese Option aus den folgenden Optionen. Klicken Sie auf diese Option. Klicken Sie hier auf die blaue Option. Geben Sie nun Ihr Kontopasswort ein. Klicken Sie auf die Bestätigungsoption. Jetzt müssen Sie diese Software von Google Play herunterladen. Geben Sie dazu Google Play ein. Suchen Sie nach dem Namen dieser Software. Klick es an. Klicken Sie auf die Installations-Option. Ich habe diese Software bereits hier heruntergeladen. Nun zurück zu Discord. Klicken Sie auf diese Option. Geben Sie diesen Code wie hier beschrieben in die Software ein. Klicken Sie auf die Bestätigungsoption. Im nächsten Abschnitt wird ein temporärer Code in der von Ihnen installierten Software generiert. Geben Sie ihn in diesem Abschnitt ein. Klicken Sie auf die Bestätigungsoption. Wie Sie sehen können, wurde Ihrem Konto der Abschnitt zur Bestätigung in zwei Schritten hinzugefügt. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte in den Kommentaren. Wenn dieses Video nützlich war, liken und abonnieren Sie es bitte.